Jo, moin Schrauberfreunde! Es gibt mal wieder Updates zur Pumpe von Sven. Und zwar hatten wir das Problem, dass die Elemente sehr undicht sind. Zu viel für meinen Geschmack. Jetzt habe ich die Vermutung, dass wohl der Bosch-Dienst oder wer auch immer das vorher war, der die Pumpe vorher zum Abdichten hatte. Sven hat mir da erzählt, die wäre wohl schon mal weg gewesen. Der hat wohl, ist nur eine Vermutung, die Pumpenkölbchen, die Kollegen hier, von den Elementen vertauscht, untereinander beim Abdichten. Wie gesagt, ist nur eine Vermutung, weil, ja, also mein Opa hat gestern noch einmal drüber geguckt und hat gemeint, jo, ne, also, dass alle Pumpenkölben auf so gut wie alle Elemente passen, das wäre eben in 60 Jahren Berufserfahrung noch nicht untergekommen. Und dementsprechend vermuten wir jetzt auch, weil die Elemente halt echt teilweise noch in, ja, da kam Autofokus jetzt, in sehr gutem Zustand sind. Das heißt, die haben echt keine Laufspuren. Andere wiederum haben aber richtig böse Laufspuren. Das weist darauf hin, dass die Elemente wohl gelappt worden sind. Also das heißt, die Kölbchen wurden untereinander vertauscht, gingen schwer in den anderen Elementen. Und deswegen hat man halt gemeint, oh, die gehen schwer, vielleicht ist da was passiert. Ich läppe die nach und das Lappen ist quasi wie ein Einschleifen, Schrägstrich polieren. Hier gibt es eine spezielle Paste, rot und grün, die habe ich auch da oben stehen unter den grünen Deckelchen. Deswegen sind die dann wahrscheinlich undicht und es ist schade, dass ich die Pumpe nicht am Anfang mal auf dem Prüfstand hatte, weil da hätte man dann auch schön höchstwahrscheinlich eine schöne Streuung gesehen. Das werde ich, wenn sich die Gelegenheit mal wieder bietet, auch mal wieder filmen und euch zeigen. Aber wie gesagt, ich baue gerade ein Original Bosch Werkzeug um. Das hier ist der Halter für die Elemente zu zerlegen. Da sind diese Bolzen normalerweise drin. Die musste ich gerade eben mit dem Hammer raustreiben. Jetzt gehen sie irgendwie doch sehr leicht rein. Dann nimmt man einfach die Elemente hier und setzt die so hier rein im Schraubstock und dann kann man da super dran arbeiten. Ich baue es jetzt um. Ich werde jetzt hier... So viel zu dem Thema. Okay, muss ich dann gleich wieder rausklopfen. Ich werde jetzt hier Gewindestäbe durchmachen, dass wir die Elemente reinsetzen und verschrauben können. Dann werde ich von unten ein Flacheisen dranschrauben, dass die Pumpenkölbchen festhält. Und dann werde ich hier mit einem Düsenprüfgerät Druck auf die Elemente geben und dann gucken wir mal, wie schnell der Druck denn abfällt. Es gibt bei Benzineinspritzpunkten genau diese Prüfung, weil Benzin ja auch nochmal eine höhere Viskosität hat als Diesel, dementsprechend dünnflüssiger ist und sich leichter an den Elementen vorbeischaffen kann. Die Zeit werde ich mir mal nehmen, diese haben darf. Das ist dann schon hochgepokert. Und dann gucken wir mal, wie das denn ausgeht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt heute alles noch am Abend mache. Es ist jetzt auch schon wieder zehn vor acht. Eventuell werde ich das in zwei Teilen machen, aber vielleicht fällt es euch ja gar nicht auf. So, um euch das mal zeigen zu können. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Einfach das Element eingespannt, das Kölbchen unten drin. Diese Platte verhindert halt das rausfallen vom Kölbchen aus dem Element. Und jetzt können wir das gleich einfach mal in Diesel tauchen und Druck drauf geben und dann gucken wir mal. Ich habe die Konstruktion, die ich euch gezeigt habe, ein bisschen überarbeitet. Das war ja so eine richtige Wackelgeschichte vorher. Also, was ich getan habe, ich habe hier den Demontagebock umgebaut, hier mit Gewindestangen. Ich habe dann mal ein Element eingespannt komplett. Und das hängt jetzt an einem Düsenprüfgerät. Und das hier ist das Element Nummer fünf. Also das, das tatsächlich noch am besten war von allen. Ich versuche das mal gerade irgendwie einhändig hier zusammenzubauen. Die Kamera ist ja immer im Weg. Was ich jetzt mache. Das Element steht so. Die Zulaufbohrung ist komplett verdeckt. Jetzt gebe ich Druck drauf, hier mit dem Düsenprüfgerät. Mal bis 100 Bar. So, und jetzt sieht man schön, Druck fällt ab. Kann auch dran liegen, dass es einfach falsch steht. Okay. Also jetzt steht das Element auf jeden Fall richtig. Jetzt können wir uns das Ganze nochmal auf der Uhr angucken. Dann gehen wir auf die 100 Bar hoch. So. Und jetzt sieht man, wie langsam das abfällt. So, hier ist auch keine Tropfenbildung oder irgendwas. Also, wenn man sich das mal so anguckt. Gut, da hängt jetzt ein Tröpfchen drunter. Ein bisschen Lecköl geht immer an denen vorbei. Die Elemente haben wir aber tatsächlich. Hier ist das Brallblech ab. Hier oben die Zufluss- und Steuerbohrung. Und hier hinten haben sie nochmal eine Leckölbohrung. Wenn man hier guckt, die sind versetzt. Die Kolben selber haben hinten auch. Aber jetzt sieht man sie schön. Die haben ja auch eine kleine Einkerbung, Einfräsung fürs Lecköl. Also, die sind schon so gemacht, dass Lecköl, das bei der größeren Kölbchen auftritt, auf jeden Fall gefangen wird und wieder zurück in den Zulauf kommt oben. Das heißt, eigentlich kann bei dieser Pumpe kein Kraftstoff durch die Elemente in den Pumpenraum laufen. Außer, die sind wirklich so fertig, dass der Druck von der Förderpumpe, das sind so anderthalb Bar, reicht, für Diesel durchzudrücken. Wie gesagt, das hier ist jetzt das beste Element von allen und alle anderen sind irgendwie komplett fertig. Man sieht hier auch noch, das hat immer noch Druck. Also, das ist noch nicht auf der Null. Das hält den Druck schon ganz gut. Ich spanne jetzt mal ein anderes auf und dann gucken wir uns das nochmal an. Alles klar, da sind wir wieder. Jetzt neues Element ist hier drauf. Die 0,77 ist oben. Und bei dem sieht man das sogar so schon. Hier oben ist ja die Zulaufbohrung. Wenn ich hier jetzt anfange zu pumpen, läuft da direkt die Brühe raus. Wir sind heute nur bei 100 Bar. Seht ihr das? Da ist noch ein bisschen Rechtluft drin. Da fängt es auch direkt unten an. Tropf, Tropf, Tropf. Wenn ich hier auf der Uhr gucke, ab 100 Bar. Das fällt ein gutes Stück schneller als vorher. Also, die Elemente, die sind wirklich durch. Ich muss dazu sagen, das ist jetzt auch irgendwie kein Test, der von Bosch direkt vorgeschrieben wird. Also, den kann man nirgends nachlesen. Das ist jetzt etwas, was ich mir selber ausgefuchst habe. Deswegen gibt es auch diese Prüfinrichtung nicht. Heißt also, hier kann alles eigentlich weg. Also, die Elemente komplett, die Druckventile, die Druckrohranschlüsse. Die haben hier vorne ja auch noch diese sogenannte Beißkante. Der Autofokus, na jetzt. Hier sieht man schön, die sind komplett platt vorne. Ich habe irgendwo noch ein neues stehen, was aber leider nicht auf diese Pumpe passt. Wo habe ich das hingetan? Habe ich das schon weggeräumt? Ich glaube, das habe ich schon weggeräumt. Ja, genau. Also, diese Beißkante, die sitzt quasi oben auf dem Druckventil drauf. Ich zeige euch das jetzt gerade mal durch die Tüte. So, hier sieht man schön, das ist schön konig nach oben hin. Und die da, da sieht man richtig diese platte Stelle oben drauf. Hier ist es schon komplett glänzend. Kann man nacharbeiten auf der Drehbank, aber wie so viel ist, hält es halt dann auch nicht mehr ewig. Man muss halt doch irgendwann gewechselt werden. Deswegen macht man es lieber gleich. So viel zu dem Test, so viel von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann, euer Dominik. Und hier? Eli, eines e presentations mit raw 벌써 gut gemacht? Da gibt es noch eine kul presen Error. Amund är das mis kind. Und hier ist alles gut gekürt. !」